Der heutige Tipp bezieht sich auf eine neue Software von TechSmith, das Programm AppShow. Mit dem Programm AppShow können Sie Bildschirminhalte vom iPhone oder iPad direkt aufnehmen und in eine Videodatei verwandeln. Sie benötigen dazu einmal ein iOS-Device, also iPhone oder iPad mit dem aktuellen Betriebssystem iOS 8. Dazu benötigen Sie ein Lightning-Kabel und ein Mac-Computer mit dem Betriebssystem OS X Yosemite. Bis zum nächsten Mal.